Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge League of Legends. Mit dabei ist wieder der gleiche wie in der letzten Aufnahme Elite LP Synke oder Jacky122. Moin. Mit Nuno und ich bin mal wieder mit Zed unterwegs, weil ich den irgendwie voll geil, den Ascension finde. Und er nimmt natürlich auch wieder auf, denke ich mal. Jo, werde ich machen. Und ja, perfekt gestartet. Soll ich gleich das Ding holen? Oder soll ich das so machen? Was haben die denn? Na, die haben eigentlich alles gemischt. Ja gut, ich frag mich natürlich gerade. Ja komm, so. Ja, Rammus ist irgendwie krass. Schauen wir mal an. Gleich Mitte gehen, ne? Jo. Das ist aber scheiße. Pass auf, das... Ich... Wieso. Oh, Playzern. Ah, nein! So ein Lapper. Du kannst hier nicht ausweichen Ja, das stimmt Lass es nach unten tippen Man fasst hier jetzt nach oben Alter Egal, wir haben... Nein Lass einfach in die Mitte gehen Ja, wir müssen das ja als dealen können Oh man, was denn schon wieder so Oh nein, nicht schon wieder Ja, du bist doch vorhin schon so Jetzt go, go, go Alter Hast du gesehen, wie du schadest dir nicht zogen? Ja, du machst ja schon, der war schon Oh, der Fug Gilt ihn? Oh, nice Gut, wir haben die Perfect Ascension, haben wir ja schon Jetzt können wir einfach nur... Alter Nuno ist riesig Äh, das Ding da unten ist übers riesig Und Nuno ist so richtig ganz normal geblieben Ich hab meine Ulti auch, ne? Ich auch jetzt Aber ich hab keinen... Hier, ich muss jetzt das gehen Ja, das nimm Danke Ich bin auf dem Weg Scheiße Wir werden uns so weg Mit Esri, das hat das so fun gemacht Glaube ich dir Boah, ich... Irgendwie... Hat er mich trotzdem auch wieder hochgedrückt So... Das war jetzt los So ist alles... Trottel ich runter Und dann kann ich mich nicht Noch eine Reh Oh, die Wahl Scheiße Der Kallix macht mir jetzt schon Angst Der Kallix macht mir richtig Angst Ah, ich bin tot Nein Was hat der F? Oh, okay Oh, ich bin zweiter von den... Letzter, aber ich bin... Nein Okay, AP is real Das ist schonmal klar Wir müssen auf jeden Fall... Caption the relics So... No, jetzt hab ich's grad nicht geklappt Scheiße, wirklich dumm Nice Nice Fucktart, man Jetzt fängt das wieder Feind... Diesmal bloß Feind für Nunu Das wär auch lustig Ja, ne, aber du kannst eigentlich reingehen Ja, ne, aber du kannst eigentlich reingehen Ja, ne, aber du kannst eigentlich reingehen Oh, zum Glück hast du deine Ulti gemacht Von meiner wär er nicht gestorben Das war gerade gut So So Gott, ich geh Ja, genau, wie Wie viel steht's? Ah, wir können's noch gewinnen, aber pass auf, ob hier jemand drin ist Hä, wie hab ich das jetzt geklappt? Hä, wie hab ich das jetzt geklappt? Okay Oh, ich... Oh, scheiße Fuck Ich bin nochmal weg Ich bin nochmal weg Der kommt jetzt gleich Ich hab jetzt schon zwei Fleck Ich hab meine Kuh jetzt schon das Vierte mal hochgehauen Mal gucken, wie viel Scheide ich mir mache Mal gucken, wie viel Scheide ich mir mache Aufblätsam Yay Nein Nein No No Ah, da haben wir gar nicht drauf geachtet Ja, die ist direkt down eigentlich Leute No No Komm Es will und es geht Man kann nicht damit bis zum Kiel zurückgehen Ja, ich muss mit meiner nächsten Ultima sich die killen, weil sonst... Wie langsam die einfach ist Eigentlich ist sie ja genau so schnell Eigentlich ist sie ja genau so schnell Ja Ja Normalerweise nicht Es wurde wahrscheinlich geändert, weil es zu OP Ich port mich einfach nicht, weil ich zu dumm dafür bin Die geht jetzt instant rein Ja Ja, wir kommen Nice worth 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 Richtig worth Ich werde schon wieder 2 Dollar Okay Okay Und am besten sind eigentlich Leute mit kurzen CDs und mit... 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 Ähm... Ja Ja Aber wenn... Du das mit mehreren Woll... Pass auf, pass auf, nicht anfangen, nicht anfangen Wir müssen hier runter Da dann Scheiße Ich muss 7 Sekunden rausziehen, ja Ich bin genau in Asyl rein Oh, bin ich dumm Oh, bin ich dumm Ich möchte meine Ultima zu Stufe 2 jetzt schon so wie ich es sagt über... Ich bin... Ich bin... Ich bin nicht dumm Was für ein... Ähm... Schneideprogramm Oder Videobearbeitungsprogramm Kennt ihr, was ihr gut findet oder... Was ihr mir empfehlen könnt Da ich jetzt noch gar nicht schneide Ich schneide auch nicht Ja, weil halt wenn ich mal was rausschneiden muss, ist halt das Problem, dass ich... Ich nutze... Ich ähm... Ich schicke dir einfach ein Ding Ah, klar Ja, okay Ach, Mann Egal, ich hab ein paar Leute mitgerissen Ich bin grad zu der Erste, aber... Komm Schade Ah, ne, die haben die bekommen Aber ähm... Da ist sie... Akali nimmt irgendwie immer einen mit bei denen Ja, ich würde mir auch anfangen Also, ich hab Akali schon... Ich glaub, ich gehe ihm was dazu Ah... Gumm... Gumm... Oh, ne... Oh, ne... Oh, ne... Diese Scheibe... Da muss ich lieber auf dem... Du musst... Kalt essen... Ich... ich krieg... Du musst... Oh, ne... Wo bist du? Na, du hast... Das ist natürlich... Nicht von Potter Triech ihn... Auf Essir... Hab ihn... Was kann ich denn mit mir? Das ist doch schnelles... Ne... Die Dings macht Gönes... Was hat sie... Ah, zieh ihn! Oh mein Gott! Alter! Ach, ach... Das ist echt krass wie... Ne... Mach ihn einfach so... Ne... Ach so, sie hatte ihn gar nicht! Ich dachte, sie hätte ihn! Wieso war sie so komisch? Oder... Ich bin einfach so blöd... Nein! Nein! Nicht schon wieder Akadi! Scheiße! Das hier ist übelst... Wir müssen sie fokussen! Ja gut, aber... Es ist gut, dass sie kriegen jetzt reichen... Weil man sie schon... Aber wenn sie es nicht haben... Das ist unser Vorfall... Boah! Fuck my life! Alter! Alter Schwede! Das war krass! Dass sie so viel Damage machen... Weil die jetzt... Oh, die erwartiert mir ja mit... Hm... Ich hab mein Geek komplett voll! Ja okay, das heißt... Du kriegst... Pass auf, man! Guck mal, wie viel Damage sie dir macht! Ich bin auf dem Weg! Warte mal! Ach, da ist nichts! Da ist ein kleiner... Alter, wie viel Damage er macht! Wenn wir gleich hier bleiben! Du kannst halt... Ja... Ja okay, was macht... Macht man sonst mit Akali! Wieso? Also nein, ich meine... Ähm... In sich wird... Beides aufzünden... Da kann... Du kannst den Ding so voll outlayen... Irgendwie... Auf 2'n geschafft... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die macht so einen Schauschaden... Oh mein Gott! Die macht so einen Schauschaden... Alter, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Oh, du hast nur noch 10... Nein, wir sind... Wir haben den nicht... Wir sind zu langsam... Wir sind voll Magi-Resistenz... Komm, ich... Wir kommen... Na, ich komm noch ran! Ich komm noch ran! Scheiße! Ich komm noch ran! Oh mein Gott! Ja, ich bin down! Ich bin in meine Ulti gestorben! Na... Ja, macht euch beide! Nice! Good job! Scheiße, aber die haben viel mehr Ding... Korber, man! Alter! Ok, der Waffe hat krass, also Fiss, wenn Fiss den bekommt Der Timo ist natürlich perfekt, solange er nicht groß ist, kann er sich überall schön taunen Bisschen feintig, wie er hat so viel damage gemacht Ich habe keine Chancen mehr gegen die, Alter Ich muss mir irgendwie Schutzengel oder so kaufen, gibt's das hier? Gargeln, ja, gibt's, hol ich mir, das müsste ich Weil es ist echt nicht mehr feierlich was hier Guck mal, wuff Ja, ich würde aber trotzdem weggehen Und mir das aufsparen Ich weiß einfach, ich weiß Guck mal, wie viel Leben ich denn ziehe? Danke Und? Nein, er hat mich noch erwischt Ja, ich habe... ich habe das Eifel So, Timo! Fuck nicht bekommen Ich stelle mich an und stelle mich an und ran Was macht denn er, sie? Ich bin echt nicht so schlau sie zu fighten, alleine Ich bin echt nicht so schlau sie zu fighten, alleine Ich bin echt nicht so schlau sie zum Stall Ja, okay Nein! Guck dir noch ein R Hoch! Ja, okay Nein, er hat auch unseren Timo nicht bekommen. Ich liebe mich. Also, dann, das war Lico Flattens leider verloren. Und tschüss. Tschau, auch von meiner Seite aus.